Ernsthaft, oh Gott, das ist ja gar keine Herausforderung für mich, wenn Among Us ein Horror-Game wäre. Hi, ja, herzlich willkommen bei Imposter-Hide. So, jetzt sieht man es mal auch komplett. Ja, okay, das ist eigentlich sozusagen wie das richtige Among Us. So, machen wir so. Gibt wahrscheinlich, oder keine Ahnung, ach ja, du schaust ja um... Hey, das muss ich mal so anschauen, Level 1. Was? Press F to hide. Muss ich mir gleich ha- Oh, Leute, was ist das da drin im Weltall? Hi. Die waren schon wahrscheinlich sass. So, ich kann mich wahrscheinlich so schütteln, also turn on power. Oh. Ich dachte mal, was ist dafür eine Musik auf einmal? Okay. Es ist... Es ist jetzt nicht richtig groß, aber es ist... Okay, der Effekt mit Blut ist recht cool. Das ist ein kleiner, cooler Effekt. Da, 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 da. Niemand da, 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 da. Ich geh weiter, da, 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 da. Ja, okay. Also, da wäre auf jeden Fall etwas... Ich will jetzt nicht gern raus aus meinem Versteck. Das sieht eben lustig aus. Oh, oh. O2 Alarm. Alarm! Das hat er auch im eigentlichen Spiel. Das ist blöd. Ich weiß, warte mal. Wie war das? Ah, lol. Hier ist die Map. Wo bin ich? Wo ist der geil? Lol. Ich bin voll in der Erde verschwunden. In den Boden verschwunden. Ah, jetzt sehe ich mich. Okay, das ist sehr praktisch gerade. Okay. Da ist wieder jemand das gewesen. Äh, wo bin ich denn? Äh, was ist? Lol. Äh. Ja, lol. Was habe ich gerade dachte? Aber eben, äh, wäre das. Das ist ein Monsters hinter mir. Wo ist das mit dem Auteur-Alarm? Es ist auf jeden Fall die... Ist das die... Allererste Map von der Mangas? I don't know. Oh, Gottes Willen. Will ich nur. Warte mal. Ich meine, ja, der zeigt mir schon zwei Sternchen an. Ich sollte dem Folge leisten, habe ich das Gefühl. Ab ein. Da lang? Gut. Der ist gleich da hinten irgendwo in der Ecke. Ich sag's euch. Wieder ein totes Crew-Mitglied. Pass auf, so ein... Ich glaube mal, dass ich rege. Ich weiß nicht, wie schnell der ist. Will ich's rausfinden? Oh, warte, da kann der Schächte auch verschächten. Oh, nee. Okay, Kollege, du bist nicht schnell. Äh, lol. Ernsthaft... Oh, Gott. Das wäre gar keine Herausforderung für mich. Außer teleportiert sie jetzt. Das wäre schön schade. Lass mich schon... Nö, 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 nö. Nee, falsch. Jupp. So, da lang. Oder kann... Oder... Na, ich geh jetzt lieber da lang. Nein, 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 nein. Ich mach jetzt nicht den Fehler. Da. Oh, Gott. Das ist mit den Asteroiden. Oh, Gott. Das will... Also einmal dat. Ähm. Dat. Äh. Dat. Hä? Oh, die Abfrage ist gerade so... So broken. Oh. Hä? We have done it. So. Tasks machen, bitteschön. Oh, sag jetzt aber nicht das hier. Zum Glück nicht. Okay, das sind meine ganzen Tasks. Ah, war ich noch nicht fertig. Upload. Upload. Was ist besser? Ich bin sauer. Upload. Upload. Du bist lauweinig, Kollege. Das ist ja gar keine Herausforderung. Oh. Oh. Nein. Das mach jetzt nicht, wenn der... ...auf dem Fersen ist. Gebe ich lieber Fersengeld. So steht's aus. Okay. Ich mach mal das da unten. Ist... Herr Schönen. Okay, das geht bis zum... ...bisschen auf... ...aufsack. A little bit... ...aufsack. So. Einmal. Wo ist er? Lass... ...biss ich da. Wo ist er? Lass sich nicht hier erscheinen. Oder sag ich, dass irgendwo in der Nähe. Machen wir hier. Oh lol. Muss ich das gar nicht tun? Okay. Also es ist nicht schwer bei any stretch of the imagination. Aber... ...machen wir mal grad so, weil es ganz angenehmer ist. Halt. Da lang. Da lang. Ach so, was hat. Äh. Loll. Oh. Mir ist der Task oder sowas. Das geht ja einfach. Hm. Uploading. Uploading. Also wenn ihr hier reinkommt, kann ich einen sehr schönen Outrun nennen. Äh. Loll. Sieht ja immer nur lustig aus. Blub, 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 blub. Okay. Äh, wie bin ich jetzt auf die Tasks gekommen? Ich brauche nur noch... Bäh. Bäh. Das ist sehr blöd. Bro. Ja. Ausrecht, Kollege. Ne, ne, ich mach's jetzt anders. Ich renne auf die andere Seite. Ich muss ja nur drei Sachen machen, dann habe ich diesen Albtraum hinter mir. Würde ich mal sagen. Behaupten. I think. Was? W-w-w-w-w-w-w-w-w-was? Wie? Wie? Ist der, das ist der durch, wenn's gangen? Eigentlich kann er das, ja, klar. Wie kann das so schnell her? I don't get it. Ich will es doch nicht wissen. Äh, fahren. Wo bin ich denn? Oh. Bin komplett falsch. Ist der irgendwo in der Nähe? Hallo? Falsch, da war ich schon. Boah, da gibt mir sowas auf die Nerven, weißt? Kann ich wieder aus? Warum machst du hier? Ist er eigentlich nicht gruselig oder so? Das ist gar ein Punkt, der ist einfach gerade nervig. Lästig. You name it. So. Da lang. Da ist nicht auftauchen. Okay. Wenn das mal funktionieren würde. Ach so. Und bei meinem Glück. Weißt du, das ist das, was mir am meisten... Ach, warte mal. Ich bin doch doof. Ich kann hier rumleiten. Ja. Ja, jetzt werde ich fressen. Ja, ja. Mach ruhig. Oh, ist ein Bläder und... So. Das sollte mir genügend Zeit verschaffen. Darin. Ja. Das verschafft mir sehr viel Zeit. Aber sowas von. Okay. Äh. Oh Gott. Äh. Ich hasse was. Hm. Hm. Bam. 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 So. Ich kann mich irgendwo verstecken. Lol. Ich kann mich in den Vans verstecken. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Was war? Ich habe nur noch ein Task gerade. Oh Gott. Das will das... Achso. Nice. Ich hätte es ehrlich gesagt gedacht. Okay. Okay. Es kommt ein bisschen mehr da. Oh Gott. Das ist... Ist das... Ja, das ist das gleiche Level schon wieder. Okay. Wollen wir erstmal Hyde. Dann lässt es gut sein mit dem Postal Hyde. Wahrscheinlich... Ja, das ist X Levels mit einem höheren Schwierigkeitsgrad. Also ich denke mal nicht, dass da jetzt irgendwas anderes passiert. Okay. Du hast halt andere Tasks. Aber so war eigentlich ganz witzig. Was haltet ihr denn für das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und man sieht es im nächsten Video wieder. Macht's gut.